Ja, als erstes möchte ich recht herzlich alle begrüßen zum Rekrutier-Durchstarter-Kongress und ich freue mich besonders zu dem Thema von Robert Kiyosaki, der Cashflow-Kagrant, meinen Beitrag geben zu können. Dieses Thema ist für mich seit 14 Jahren in meinem Leben und ja, es hat mich sehr geprägt, kann ich mal so sagen. Kurz zu meiner Vorstellung, Brigitte Josefine Robenz, 68 Jahre jung, 129 möchte ich werden. Also ich habe noch einiges vor und gleichzeitig kann ich sagen, bis 90 will ich Network-Marketing machen und dann können wir weitersehen. Ja, was ist in meinem Leben passiert? Ich bin mit 15, habe ich eine Lehre gemacht, dann zehn Jahre später war ich leitende Angestellte. Ja, das ist vor 40 Jahren gewesen. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass man mit 28 Jahren und als Frau vor 40 Jahren doch einiges dazu beitragen musste und leisten musste, um diese Möglichkeit zu bekommen. Es war eine, ich habe einen hohen Preis bezahlt, ich habe allerdings große Karriere gemacht, aber der Preis war auch hoch, teilweise 80, 100 Stunden Woche war ganz normal. Ich habe für drei gearbeitet. Aber das war auch eines meiner Themen, die ich hatte, um wertvoll zu sein, für drei zu arbeiten. Ja, was ist dann passiert? Mit 49 Jahren habe ich eine betriebsbedingte Kündigung bekommen und ja, es hat mich erschüttert, weil das war nicht geplant. Auch wenn ich vorher immer sehr viel gewechselt habe, so fünf Jahre später habe ich eine Firma gewechselt, meistens wurde es mir langweilig, ich brauchte wieder eine Herausforderung. So und in diesem Fall war es etwas anders. So mit 49 Jahren als leitende Angestellte ohne Englischkenntnisse, ohne Studium, das war nicht gerade prickelnd, ich habe auch nichts mehr bekommen, aber das, was mich erschüttert hat, war, dass ich auch keinen Sachbearbeiterpusten mehr bekommen habe, weil ich war überqualifiziert. So und dann ist mir nichts anderes übrig geblieben, in Anführungszeichen, sage ich mal, als mich mit Network Marketing selbstständig zu machen, weil ich war schon seit drei Jahren Kunde, hatte aber nie ein Interesse an Network Marketing gehabt, weil ich der Freundin gesagt habe, lass mich damit zufrieden, das ist nichts für mich. Und verkaufen kann ich auch nicht. Und ich hatte ein Imageproblem, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber vor allen Dingen auch keine Ahnung. So und das war dann das, dass ich gesagt habe, okay, ich nutze die Chance. Damals konnte man sich über das Arbeitsamt selbstständig machen, bekam ein halbes Jahr lang Unterstützung. Und habe dann, wie gesagt, einen Fehler bekommen, den nächsten sozusagen. Da kamen noch viele von. Und zwar bin ich an die Ostsee gefahren und habe Freiheit mit Freizeit verwechselt. Also ich habe Freizeit gemacht, das war aber keine Freiheit. Ja, mein Leben lief weiter wie bisher, als dieses Status, dieses goldene Kreditkarte. Ich habe einen hohen Dispo gehabt und ich habe den ausgeschöpft, bis die Bank kam und sagte, das ist jetzt Ende, das heißt, das Konto gesperrt. Da ist mir erst mal bewusst geworden, was ich gemacht habe, nämlich nichts im Network Marketing. Aber ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Dann habe ich erst mal überlegt, was könnte ich tun und habe sogar überlegt, den Taxischein zu machen oder irgendeinen Job anzunehmen, irgendeinen Verkäuferjob in einem Laden, weil ich gesagt habe, also ich müsste ja noch gucken, vielleicht irgendwas nebenbei verdienen. Und dann hatte ich ja Geld verliehen an meine Schwägerin und an einen guten Freund und eine Annahme, dass ich das zurückbekomme und dann könnte ich damit die Zeit überbrücken bis zur Rente. Ja, das ist alles anders gekommen. Als ich gedacht habe. Und das Schlimme war allerdings, dadurch, dass ich nichts gemacht habe und auch keine Ahnung hatte, wie Network Marketing funktioniert, bin ich sogar noch abgerutscht bis Hartz IV runter. Und das ist etwas, was ich niemandem wünsche und manchmal aber festgestellt habe, die Notwendigkeit, die Not war so groß, dass ich dann wirklich angefangen habe, etwas zu verändern. Und ich gehe dann mal in die Präsentation ein. Und das ist das Buch von Robert Kiyosaki, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Aber ich bin davon überzeugt, der eine oder andere hat es schon gelesen. Und das wäre vielleicht jetzt eine Gelegenheit, mal einen Kommentar reinzuschreiben, ja, ob man es gelesen hat. Aber das Entscheidende ist nicht, es gelesen zu haben, sondern was habe ich davon umgesetzt. Weil ich war damals auch Wissensrieser, aber Handlungszwerg. Und dieser Satz, den man mir auch immer wieder gesagt hat, Wissen ohne Handlung ist Unwissenheit, der hat mich schon geprägt. Ja, schauen wir uns in Cashflow-Quadranten mal an von Robert Kiyosaki. Da gibt es einmal den Angestellten, den Selbstständigen, den Unternehmer und den Investor. So, und was macht das aus? Das Wichtigste, was ich festgestellt habe und kennengelernt habe, war, auf der linken Seite tauschen wir Zeit gegen Geld. Auf der rechten Seite investieren wir Geld, um Zeit zu bekommen. Das sind so Prozesse, die durfte ich auch in meinem Training, was ich dann damals gemacht habe, auch lernen. So, und was ich auch lernen durfte, ist, mir bewusst geworden ist, der Angestellte steht an. Ja, ich stand an, manchmal ist es sogar passiert, dass ich für eine Gehaltserhöhung reingegangen bin, aber mit mehr Arbeit rausgekommen bin. So, und ja, der Selbstständige, der macht es selbstunständig. Und der Unternehmer, der unternimmt etwas. Und später komme ich noch darauf zurück, dass ich zwar gedacht habe, ich wäre Unternehmer, aber ein Unternehmer unternimmt etwas. Aber ich war damals Unterlasser. Ich wusste, was ich tun sollte, aber ich habe es nicht getan. Vielleicht kennt der eine oder andere das gar auch so. Aber es gibt, wie gesagt, eine Chance, jeder kann es erreichen, was ich erreicht habe. Hier, der Investor investiert. Und was macht das den Angestellten vielleicht auch noch aus? Der arbeitet in einem System. Und da war ich ein, trotz leitender Position, ein Rättchen im System. Und den habe ich richtig schnell festgestellt, trotz Kündigungsfrist, die man ja hat, aber relativ schnell aus dem System raus. So, und habe auch keinen Weg mehr da reingefunden. So, der Selbstständige, der ist das System. Ja, weil die meisten wollen dann mit dem Chef sprechen oder alles dreht sich um den Chef. Wenn der nicht da ist, funktioniert es oft nicht. Das hat aber noch andere Gründe, dass oft nicht die Mitarbeiter die Verantwortung bekommen. Und der Unternehmer, der hat ein System. Und das ist das, was Network Marketing ausmacht. Deswegen sagt Robert Kiyosaki, Network Marketing ist im U-Quadrant zu sehen. Du bist Unternehmer. Und du lernst im Network Marketing auch das, was ein Unternehmer zu lernen hat. Das, was er auch sagt und schreibt, ist, entweder bist du selbst zwischen 18 und 30 oder hast Kinder zwischen 18 und 30. Dann sieh zu, dass dein Network Marketing Unternehmen dich anschließt. Schau, dass welches Produkt er zusagt und dann lerne Unternehmertum. Und das Schöne ist, man sieht es wirklich am Ergebnis. Wenn ich hier das System dupliziere, dann habe ich relativ schnell, wirklich kann ich Erfolg haben und auch wirklich dann so sagen, okay, ich fahre vielleicht dann auch mal investieren in ein System. Weil das macht der Investor. Der investiert in ein System. Eine wichtige Erkenntnis ist auch noch mal, was machen die einzelnen Quadranten aus? In dem A-Quadranten geht es den Menschen um Sicherheit. Und das habe ich kennengelernt. Ich hatte Angst, meinen vermeintliches, gut bezahlten Arbeitsplatz aufzugeben. Diese vermeintliche Sicherheit. Ja, ich hätte ja für alles sorgen müssen. Krankenkasse. Ich hätte mich alles selber übernehmen müssen. Und ich hatte auch Angst, wie gesagt, loszulassen. Weil ich wusste zum einen nicht, womit ich es machen soll. Also was, keine Idee und auch nicht den Mut. Und beim Selbstständigen, bei dem sieht das etwas anders aus. Der will keinen Chef mehr haben. Der will Unabhängigkeit haben. Nur das hat er meistens nicht. Weil, wenn ich mir die heutige Zeit angucke, geht es dem Selbstständigen teilweise heute noch schlechter. Wie einem Angestellten. Auch das war früher auch schon so. Der Angestellte hat noch Lohnfortzahlung gekriegt. Der Selbstständige nicht mehr. Der Angestellte heute kriegt vielleicht bei Kurzarbeit auch noch Geld. Der Selbstständige kann seinen Laden nicht aufschließen. Und das ist dann schon kurz vor der Insolvenz. Und beim Unternehmer, der möchte Wohlstand. Und mir ist klar geworden, ich habe damals nie geglaubt, dass ich reich sein könnte. Weil aus meiner Familie her war Geld immer ein Streitthema. Und ich habe nicht geglaubt, dass ich dieses Leben, was ich jetzt habe, überhaupt mal leben konnte. Ich konnte es mir noch nicht mal vorstellen. Was bedeutet Wohlstand heute für mich? Wohlstand ist, wie gesagt, nicht nur mit Geld. Aber ich fühle mich wohl. Ich kann das tun, was ich tun möchte. Und der eine oder andere kennt vielleicht auch den Spruch, mach dein Hobby zum Beruf. Dann hast du immer Geld. Oder mach die Dinge, die dir Spaß machen. Und mir macht Network Marketing inzwischen Spaß. Am Anfang war das nicht der Fall. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Weil ich keine Ahnung hatte von nichts. Ich habe alles falsch gemacht im Network Marketing. Ganz ehrlich, was man falsch machen konnte. Vor allen Dingen habe ich das System nicht dupliziert. Als leitender Angestellter war ich der Meinung, ich habe Unternehmen aufgebaut. Dann werde ich doch hier ein Network Marketing hinkriegen. Und habe alles falsch gemacht. Also ich sage immer in meinem Team, du musst nicht alle viele selber machen. Es gibt noch genug, die du selber machen kannst. Also nimm was an und dupliziere das System. Und der Investor, der hat die Freiheit. Und das finde ich eine schöne Aussicht. Da hinzukommen, wenn ich diese Quadranten einfach mal auf diesen Aspekt anschaue. Ja, die Frage ist hier, in welchem Quadranten bist du oder sind sie? Und in welchem Quadranten willst du sein? So. Und für mich war klar, inzwischen der A-Quadrant ist für mich gestrichen. Wenn ich meine Seminare mache, wenn ich Workshops mache, wenn ich Training mache, dann gehe ich auch in den S-Quadranten. Aber natürlich mit einer anderen Begeisterung, mit einem anderen Mind auch. Und ich entscheide, wann und wie viel ich das mache. Und da habe ich teilweise wirklich mein Hobby zum Beruf gemacht. Und kann es mir leisten, manchmal auch Dinge zu machen, wo ich wirklich nur meine Zeit investiere, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun, wie später komme ich noch auf das Cashflow-Spiel zurück. Ja, der U-Quadrant mit dem, ist für mich auch ein wichtiger Quadrant zum Thema Network-Marketing. Und ich habe auch diesen Quadranten mal vom Cashflow-Quadrant umgewandelt in Network-Marketing-Quadrant und mir den unter dem Aspekt mal angeschaut. Was ist dann der A-Quadrant? Der A-Quadrant ist für mich so das Einzelhandelsmodell. Ich habe wirklich, ja, Produkte verkauft. Und viele Produkte auch verkauft, weil ich war begeistert und ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Und die habe ich weitererzählt. Dann habe ich gemerkt, okay, der eine oder andere möchte mitmachen. Und dann hatte ich schon ein kleines Team. Da war es aber so, dass in diesem Team war das mehr so ein Franchising-Modell. Weil das Überwiegende das meiste habe ich gemacht. Wenn ich irgendwo war, auch in anderen Orten und ich dann unterstützt habe, dann lief es. War ich weg, ist es wieder versandet. Das heißt, ich habe da damals nicht gewusst, was ich zu tun habe. Nämlich in den U-Quadranten Network-Marketing zu lernen, nämlich genau das System, dass ich das System weitergebe, dass derjenige es lernt, dieses System auch wieder weiterzugeben. Dann haben wir nicht nur duplizieren, sondern haben wir auch multiplizieren. Und das ist das, was Network-Marketing ausmacht, was wirklich ein Geschenk ist, wenn man es wirklich umsetzt. Ja, und hier habe ich wirklich das Freiheitsmodell. Und mir ist klar geworden, auch hier auf der linken Seite habe ich Zeit gegen Geld getauscht. Ich habe viel Zeit investiert. Und ich hatte auch noch nicht so viel Geld, dass manche Dinge, da bin ich mit dem Auto gefahren, statt zu fliegen. Ja, da habe ich Zeit investiert, weil das Geld fehlte. Und auf der anderen Seite ist es inzwischen so, dass ich natürlich schneller mit dem Pflüger bin irgendwo, wenn ich zu meinem Team in die Schweiz bin, als mit dem Auto. Und das Geld dafür investiere, um Zeit zu bekommen. Und das muss man sich mal bewusst machen. Das ist aber ein Entwicklungsprozess. Und was noch ein wichtiger Part ist hier, ist, auf der linken Seite habe ich auch festgestellt, es ist immer mehr das Tun noch. Ich tue noch so viel, manchmal sogar Tag und Nacht. Und auf der anderen Seite ist es wirklich ein Denken. Es ist wirklich ein anderes Denken. Ich muss neu denken lernen. Das ist wirklich etwas, was mir klar geworden ist, als wenn ich eine Sprache lerne. Dieses Neu-Denken-Lernen war auch ungewohnt. Und meistens ist es auch immer damit verbunden, wenn ich etwas Neues lerne, dass ich auch wieder diese komfortable Zone, die wir haben, ja verlassen müssen. Und das hat mir damals auch Unbehaben eingebracht. Und dann habe ich für mich entschieden, ich verlasse sie nicht, ich erweitere sie. Das war für mich ein bisschen entspannter. Vielleicht für den einen oder anderen ja genauso. Ja. Und dann aber vielleicht noch ein wichtiger Punkt, der, denke ich mal, ein großes Thema ist, dass wir, ich auch, dachte, das könnte schneller sein. Ja, vier Wochen, vier Monate. Als ich das, den Cash-Record-Rand von Robert Kiesaki, das Buch gelesen habe, ist mir klar geworden, was er sagt, gibt dir fünf bis zehn Jahre Zeit. Deswegen fang schon früh an. Und heute, denke ich mal, ist die Jugend sowieso anders drauf und möchte auch nicht mehr ein Rädchen in einem System sein und sein Leben und das Leben selber gestalten. Fünf bis zehn Jahre. Wir kennen alle den Spruch, Network-Marketing ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja, aber was habe ich in fünf bis zehn Jahren erreicht in der freien Wirtschaft? Drei Jahre Lehre, zehn Jahre, dann war ich leitende Angestellte, also zehn Jahre Mitarbeiterin, dann nach 13 Jahren leitende Angestellte, aber noch nicht das Niveau, was ich dann mit 38 oder 48 hatte. Also fast 33 Jahre später. Das, was ich da dann verdient habe nach 33 Jahren, kann man definitiv im Network-Marketing wesentlich schneller erreichen. Und das ist das, was ich auch sage, was mir klar geworden ist, was das größte Geschenk auch für mich ist und die größte Herausforderung ist, die persönliche Weiterentwicklung. Ja, auch jetzt sage ich immer, mit den Social Medien, das war nicht meine Welt. oder solche Präsentationen zu machen, mich so zu zeigen, das durfte ich auch meine komfortable Zone verlassen. Ja, so dieses Gefühl, ich möchte gerne, weil ich das Gefühl habe, ich kann etwas, habe was zu sagen, aber gleichzeitig Angst, Unsicherheit. Also dieses Gefühl, auf der Bremse zu stehen und Gas zu geben, das kennt der eine oder andere sicherlich auch. Und mir ist eins klar geworden, wer nicht mit der Zeit geht, auch im Network-Marketing, der geht mit der Zeit. Ja, und das sind so ein paar Bauteile, die mir mein Leben erleichtert haben oder wo ich wirklich Wert darauf lege, sie weiterzugeben. Das Sechsstufen-Modell vom Rekrutier definitiv, weil ich hatte keine Ahnung, ich habe es wirklich praktiziert, ich habe es wirklich gemacht. Ich habe es nachher auch mit meinem Team gemacht. Wir haben wirklich auch Umfragen gemacht und die haben uns wirklich weitergebracht. Da haben wir auch wirklich Geld mitverdient, wir haben Kontakte gekriegt. Und ja, von den Sponsoren-Tipps, damals waren es 99, ich glaube, heute sind es mehr, war auch einer zum Beispiel Spiele Cashflow. Und ich habe Cashflow-Spiel gelernt durch meine Upline, die das mitgebracht hat aus Amerika. Da gab es das damals noch nicht mal in Deutsch. Ich habe mir die Mühe gemacht, weil ich das Spiel toll fand, es mir in Deutsch übersetzen zu lassen, weil ich kann kein Englisch und habe dann gespielt. Teilweise alleine, teilweise in kleinen Gruppen und dann ist etwas gewachsen. Da ist eine Community gewachsen. Dann habe ich den Cashflow-Club-Leiter-Ausbildung gemacht bei Robert Kiyosaki. Und weil ich das einfach gigantisch fand, was ich da in diesem Spiel wirklich mitgenommen habe und auch oft gespielt habe. Und jeden Tag war es anders, weil auch ich bin jeden Tag anders. Und die größte Herausforderung war hier diese Schnickschnack-Karten, diese pinkfarbenen Karten. Ich habe ihr erzählt, dass ich meiner Schwägerin und einem guten Freund Geld geliehen habe. Und das Problem war, ich habe es ja nicht wiedergekriegt. Und als ich es haben wollte, als ich noch arbeitslos war, und das Problem war, ich bin dadurch auch noch in Hartz IV abgerutscht. Und das ist etwas, was ich keinem wünsche. Und als ich dieses Spiel dann gespielt habe, kriegte ich diese beiden Karten. Und die sind tatsächlich in diesem Spiel drin. Ein Freund braucht dringend Geld und Schwägerin braucht dringend Geld. Und ich habe es getan. Und das heißt nicht, dass ich heute kein Geld verleihen würde. Aber achtet da drauf. Und du hilfst dem anderen nicht. Mir ist heute klar geworden, ich habe meiner Schwägerin nicht geholfen. Ich habe in Anführungszeichen ihr Leiden verlängert. Ja, weil sie hat nichts geändert, als ich ihr das Geld geliehen hatte. Und nur mein Leben hat er sich verändert. Und diese Gefühle, die ich empfunden hatte, Wut, Traurigkeit, also ich hätte das Spiel am liebsten wirklich vom Tisch gefickt, weil ich diese Emotionen gespürt habe. Und als ich dann angefangen habe, nach der Cashflow-Club-Breit-Ausbildung, regelmäßig vor 14 Jahren, einmal im Monat, Sonntagnachmittags, von 16 Uhr bis 19 Uhr Cashflow zu spielen und den Erfahrungsaustausch zu machen und gesehen habe, wie der Club immer größer wurde in Hamburg. Und dass die Menschen den Spaß hatten, dass sie was gelernt haben, dass sie letztendlich auch Buchhaltung gelernt haben mit diesem Blatt, was da dieses Einkommensblatt, was man da sieht. Das fand ich faszinierend. Und dieses Wachstum, weil jeder hat weiterempfohlen und wir konnten immer größere Räume bieten. Und da habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, das, was ich mit diesem Spiel gemacht habe, dieses Wachstum lernen, die Zeit zu investieren. Ich habe nur 10 Euro genommen, um die Raumkostenbeteiligung zu nehmen. Und wenn ich gesagt habe, einen kleinen Obolus sollte jeder geben, dann habe ich wirklich gemerkt, dieses, diese Spaß, diese Leichtigkeit, diese Freude, das möchte ich in mein Network-Marketing-Unternehmen reinbringen. Und habe das angefangen, wirklich zu gucken, wie könnte ich das leichter machen. Weil ich habe es mir sehr schwer gemacht im Network-Marketing. Und ganz ehrlich, Druck haben die Menschen schon genug und Sorgen, da brauchen sie nicht uns noch für. Also seht zu, dass ihr das rüberbringt mit dieser Leichtigkeit und es kann leicht sein, es ist nur manchmal nicht leicht. Ja, und dann dieses, dieses Bild, was ich dann hatte, spielerisch mein Geld zu verdienen. Und dann in die finanzielle Freiheit zu kommen, was auch wirklich passiert ist. Und aber auch vor der finanziellen Freiheit steht die emotionale Freiheit. Und das ist mir klar geworden, das ist mir durch das Spiel klar geworden. Wie gesagt, ich habe ja auch nur die Hypnose-Ausbildung gemacht, die MIT-Ausbildung gemacht. Und mit diesen Tools kann man wirklich alte Glaubenssätze, ich spreche keinen Fremden an, Geld ist nicht wichtig, ja, das kannst du nicht, das macht man nicht. Diese ganzen Geschichten einfach mal aufzulösen. Das löse ich nicht mit dem Spiel auf. Aber wir haben erkannt, dass ich es erst einmal kennen muss, es mir bewusst mache, wo ich vielleicht Glaubenssätze habe, um sie dann zu verändern. Und was mir auch, wie gesagt, das Cashflow-Spiel war das erste, danach habe ich erst das Buch Rich Dad gelesen. Manche lesen ja erst mal das Buch Rich Dad und stellen dann fest, hinten auf der letzten Seite spricht Robert Kiyosaki auch von dem Cashflow-Spiel. Da habe ich jetzt auch die nächste Frage, ja, wer hat denn schon mal Cashflow gespielt? Beziehungsweise einmal, was war die Erkenntnis? Vielleicht auch noch mal einen kleinen Beitrag reinstellen. Aber vor allen Dingen, wie oft habt ihr schon Cashflow gespielt? Einmal ist keinmal. Also das wäre noch mal diese Devise, die ich sage, Kiyosaki sagt, ein Jahr lang regelmäßig spielen und deine finanzielle Intelligenz verändert sich. Du kriegst Blickpunkte. Und ja, im Moment geht es ja leider nicht, dass wir Cashflow spielen können, wobei, natürlich spiele ich bei mir zu Hause Cashflow und sobald es wieder möglich ist, werde ich auch wieder das in Räumen anmieten und dass man Cashflow spielen kann. Ich bin jetzt schon am Überlegen, mir Gedanken zu machen, das werde ich nächste Woche ausprobieren, Online-Cashflow zu spielen. Wenn derjenige das Spiel hat, dann gibt es bestimmt Möglichkeiten und es gibt für alles eine Lösung, wenn ich immer dann meine. Ja, das sind die Bücher, die mich wirklich auch, wo ich jedem empfehle, auch im Network-Marketing sich mal zur Hand zu nehmen. Es gibt viele andere Bücher auch noch, die ich empfehlen kann, aber im Moment möchte ich mich bei den Cashflow-Quadraten wirklich hier drauf berufen und auch nicht zu vieles empfehlen. So, was ich aber noch ansprechen möchte, ist diese Servietten-Präsentation oder die Bierdeckel-Präsentation. Das hat jeder bestimmt schon mal gehört. Und ja, auch beim Bierdeckel-Präsentation, beim Rekrutier, die Nummer 51 damals von den 99 war, Bierdeckel zu kreieren. So, und wir haben einen Bierdeckel kreiert, genau nach dem Cashflow-Quadranten. Das heißt also, wenn ich mit diesem Bierdeckel den Cashflow-Quadranten erklären kann und den Menschen erklären kann, dass ich damit die Freiheit erreiche, die ich haben möchte, und das ist bei jedem mir unterschiedlich, aber das Wichtigste ist erstmal, ich muss es wirklich glauben, ich muss es leben, ich muss es wirklich inhalieren sozusagen. Ich muss, ja, der Cashflow-Quadrant sein. Und ja, das ist, ich freue mich immer wieder, wenn Menschen sagen, es war ein toller Vortrag oder eine tolle Präsentation. Mir ist viel lieber zu erfahren, was dein Aha ist. Das einfach mal reinzuschreiben, weil das interessiert mich. Oder vielleicht, was hat dir diese Präsentation gebracht? Hast du noch einen Impuls bekommen? Kannst du dir vorstellen, das eine oder andere neu zu denken? Aber auch noch, was und wann setzt du es um? Weil das ist ja letztendlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, Wissen ohne Handlung ist Unwissenheit. Ja, und das ist meine Botschaft. Network Marketing ist die Zukunft. Und ich denke mal, wenn wir das raustragen und auch wirklich den Menschen draußen überhaupt mal erzählen, dass sie, die meisten wissen es ja noch gar nicht, dass es Network Marketing gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, sich nebenbei eigenverantwortlich etwas aufzubauen, dann denke ich mal, ist das unsere Aufgabe, wirklich als Botschafterin rauszugehen für Network Marketing und die Zukunft. Es vorzuleben und den anderen zu zeigen, wie es geht. In dem Sinne wünsche ich allen noch den restlichen Durchbruchskongress viel Erfolg und vor allen Dingen Gesundheit und auch viel Erfolg im Network Marketing. Aber ich sage auch eins, man muss auch was dafür zu tun. Ich bedanke mich und vielleicht noch den einen oder anderen Kommentar, da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.